mir fällt es hier echt an diesen baumwollen kacke wir produzieren davon zu wenig jetzt finde ich verwendung für die insel indem wir jetzt hier mal ein paar anbauen und dann gucken wir mal dass wir hier einen transport von nach oben kriegen dass wir mal ordentlich hier pilzmantel produzieren können vielleicht wieder warum ich diese insel hier noch haben wollte wegen der produktion hier so drei felder gut einer seite haben wir auch die für das gebraucht ne ich würde gerne sechs plantagen bauen damit wir ja genügend haben hier da so so Bereit für den Einsatz. Deine Chance für eine gerechte Sache einzustehen. Mensch, sollst du die Dinger einladen und hier ausladen. Nehme ich hier. Ne, die Aufgabe ist jetzt keine Lust. Ohne dich sind wir besser dran. So. Kann ja nicht sein, wir haben jetzt drei Produktionen neu. Problem ist, die Melonen brauchen das auch. Ist ja alles nicht so geil. Und definitiv noch weitere Produktion. Jetzt einbauen, baue ich halt nochmal zwei an. Ich bin einbauen. 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 Ohne ja. Ich bin einbauen. Es war mir das. Ich bin einbauen. Wie ich bin einbauen. Wie beginne? Ich bin einbauen. Und da die Welt, die sie zu schützen. Als sie das sehen, dann versprochen hat. Das war mal! Auf Ihren Befehl. Ei. Lädt der hier auf? Ja, der lädt hier auf. Gut. Ähm. Ja. Machen wir auf einmal so viel Plus. Meine Frau. Unübertroffen. Ach, die Glühbirnen sind an. Ja gut. Wie viele Glühbirnen haben wir denn? Ich hab mal welche hochschicken. Ja. Ja. Und wir müssen halt mal gucken, was wir mit diesen machen, weil die müssen auch nochmal hochgebaut werden eigentlich. Ich hab schon eine Idee. Ich mach jetzt mal einen Schwung hoch. Bis wir noch... Genau. Ich muss halt gucken, dass ich die hier auch hochkriege. Und dann muss ich halt gucken, dass ich die hier wieder hochkriege. Ja. 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 Ich hab ja schon mal gut geleistet hier. Ja. Und die nächste. Nicht allzu viele Änderungen hoffe ich. �도 ich sagen, wir haben einfach durch Minus zehn. Wurde ich sagen, machen wir einfach minus zehn mal. Ich habe Sodbrennen. Sind wir hier in Dodo? was ist n Dodo? Och ne Dodo ist ja unten. Hier ist Toto und die wollen Bier haben. Wie kannst du euch doch nicht beizaubern? Wir wohnen zwar 300 Bier, aber das muss nichts heißen. Auf Ihren Befehl. Boah, wenn könnte Tio richtig sagen? Wollen wir jetzt fragen? So viel Bier brauchen wir hier drüben ja gar nicht. Du musst ja hier nichts weiter aufladen, Schiff. Du musst ja nur entladen. Daher muss das funktionieren. So. Ja, wie machen wir das jetzt hier weiter? Wir wollen ja hier... Hier wollten wir gucken, dass wir diese Dinger hier aufbauen. Nur für diese Zementproduktionen. Da brauchen wir doch... Ähm... Ja, da brauchen wir diese komischen Ressourcen, die wir noch nicht haben. Glas und... Und das andere würde jetzt. Dafür brauchen wir... Nicht weniger als uns zusteht. Es fehlen hier ja noch Glasscheiben, ne? Die könnte man hier anbauen. Dafür wollte ich ja die nicht mehr hochbauen. Nicht weniger als uns zusteht. Du könntest hier Hanf anbauen. Eigentlich wollte ich das genau vermeiden, dass wir das nicht brauchen. Obwohl das ja nur Zufriedenheit, ne? Du könntest die hochbauen. Hehehe. So, wir bauen noch ein paar mehr Häuser. Brauchen wir mal ein bisschen mehr Plus. Hier ist auch kein Series momentan hier. Ich möchte halt erst mal gucken, wie weit reicht die Reichweite. Bevor wir hier neue... Komponenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Wollt grad fragen, haben wir hier irgendwie... Wie spielt der eigentlich noch Krieg? Weil die macht momentan nix. Wir nehmen es. Eine Zunge, die so schön Süßholz raspelt. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Du hast recht, die Brunnen helfen den Menschen dort. Ich bin wirklich Toni. Ich bin wirklich ein Shouldn-un-Sort. hole ich nochmal verlasst. Und wie sind das? Ich bin wirklich die Kindergirl-Sort. Ich bin wirklich ein Curtain-Titlein-Tlein. Ich bin einfach wirklich ein bisschen galt. Ich bin relativ großartig und gar nicht im Moment. immer nur nicht dahin, wo wir hinwollen, ne? müssen erst die hier aufwerten wir wollten ja gucken, wie... ja gut, ich hab hier hinten wird's ein bisschen knapp, was den Marktplatz betrifft ah nee, das ist gar nicht der Marktplatz dieses Gebäude hier so, jetzt passt's aber oh, der Schnaps geht leer und der Fisch geht leer, ach du scheiße mal schnell neue bauen das hat der Nachteil, wenn man hochbaut, dann muss man natürlich auch gucken ob die Ressourcen noch dafür reichen, ne? so, wir können ja schon mal hier hoch einen Weg bauen so, jetzt gucken wir mal weiter hier, wie wir das hier machen wahrscheinlich brauchen wir auch neue von diesen Produktion könnte ich mir jetzt eventuell vorstellen so, so, so so, so warum haben wir acht Produktionen und... was? muss ich nicht verstehen ist leider so, aber egal so, jetzt brauchen wir noch ein paar von diesen hier wie das ist, dass wir hier so eine schöne Lücke haben ich bin das doof, dass wir hier so eine schöne Lücke haben das hier gebaut 1234 und ein lagerhaus dann sollte das hier wieder in flüssigkeit herunter laufen so genügend genügend die feierlichkeiten sind beendet die attraktivität ihrer stadt hat sich verringert ach die besucher steigen wie blöd ging ja besucher jetzt ist nicht stufe 40.000 das kriegen werden